Der Spürtelname Jaya-Deva. Jaya-Deva bedeutet göttlicher Sieg, Ehrerbietung an Gott oder auch der, den Gott zum höchsten Sieg führt. Wenn du den Namen Jaya-Dev hast, dann soll das heißen, dass du weißt, Gott wird dir helfen, den höchsten Triumph zu erreichen, nämlich die Gottverwirklichung. Und Gott wird auch durch dich hindurchwirken. Und du weißt, dass du durch das Wirken Gottes letztlich Erfolg hast in allem, was du tust. Erfolg zu haben in allem, was du tust, heißt jetzt nicht, dass alles oberflächlich betrachtet gut geht. Erfolg haben kann auch heißen, dass du aus allem lernst, dass du durch alles wächst, dass du alles so gut machst, wie du kannst und dass du es mit Liebe tust. Jaya-Dev war auch ein Dichter des 12. oder 13. Jahrhunderts, der auch verschiedene wichtige Werke geschrieben hat, zum Beispiel Gita Govinda über Krishna.